Wenn man mich fragen würde, nach einem Premium-Schiff, was nicht so ganz leicht ist, was unglaublich Spaß macht, aber einfach situationsbedingt irgendwo seine Stärken und Schwächen ausspielt, dann würde ich ganz klar sagen, nimmt die Atlanta, weil die Atlanta ist genau das. Dieses Schiff ist definitiv nicht easy zu handeln, man ist sehr anfällig für gegnerischen Beschuss, muss nah ran, aber dann heizt es wie ein Feuerstuhl den Gegner ein mit diesen vielen Kanonen, die alle unglaublich schnell schießen. Das werden wir jetzt auch wahrscheinlich in dem Spiel sehen und sehen hier gleich den ersten Gegner, die Knefny, den Zerstörer, also die Reichweite ist wirklich eher so homöopathisch, kann man sagen. Und die Knefny kommt aber immer näher ran und die Türme drehen unglaublich schnell. Das macht hier ganz klar so einen Reiz aus von dem Schiff. Jetzt ist er hier durch Flugzeuge offen, die Knefny vor ihm, also da muss man jetzt aufpassen. Volle Fahrt hat er jetzt aktiv. Wirbelsturm kommt auf, Sichtweite wird auf 8 Kilometer verringert, ja. Und da sind sie schon, die Tops, die ich befürchtet hatte. Er dreht bei und er kann beide umschiffen. Sehr wichtig. Und jetzt hat die Knefny keine Chance mehr. Jetzt hat die Atlanta es so das Schlimmste, was man als Zerstörer vor sich haben kann. Man sieht einfach diesen Kugelhagel, den die Atlanta loslässt. Und da dürfte jetzt ihm eigentlich auch sein Rauch nicht mehr viel bringen. Kann doch nicht sein, dass du jetzt noch wegkopfst, oder? Auf jeden Fall fängt es jetzt das Regnen an. Er ist wieder offen. Da ist er. Und jetzt ist er zerstört. First Blood im Spiel. Und nun muss er aufpassen. Nun ist er nämlich Kiel sehr, sehr breit aufgestellt. Zur New York. Außerdem läuft er auf. Also wirklich ein super leichtes Ziel. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt mit den Torpedos vorhat. Ich würde schon lange auf die New York schießen. Jetzt schieß doch. Du bist doch offen, Digga. Ja, also. Und weiter geht's. Man sieht, wie viel da einfach ankommt. Den ersten Torpedo, der geht auf jeden Fall mal in die Insel rein. Aber die anderen drei könnten vielleicht tendenziell kommen. Das Wetter wird zunehmend schlechter. Übrigens gefällt mir sehr gut. Und jetzt dürfte er ihn sogar vielleicht schon rausnehmen. Nee, aber Brandschaden macht's möglich. Und zerstören tut er ihn. So, und jetzt die Kongo. Man sieht, die Sicht ist wirklich ganz, ganz phänomenal schlecht. Kongo schießt auf ihn. Au, dicker Hit, dicker Hit. Aber jetzt schießt er zurück. Aber meines Erachtens, er nutzt hier... Er könnte hier noch viel mehr schießen. Auf was wartet er jetzt zum Beispiel? Jetzt will er wieder Torps. Bis er Torps zündet, das dauert immer viel zu lange. Und jetzt schießt er weiter nicht. Also das ist was. Da verschenkt er ganz klar Zeit und Schaden. Spiel ist übrigens Gamouret. 81, danke fürs Einschicken. Aber wie gesagt, Gamouret, da hättest du... Ich weiß nicht, jetzt gerade zum Beispiel. Ich weiß nicht, auf was hier gewartet wird. Das ist locker 10, 15k Damage, die ihm hier fehlen. Und jetzt endlich, also man darf ihm sozusagen keine Torpedos geben, weil bis er die Torpedos geistig verwandelt hat, da dauert es sehr lang. Aber man sieht, auch der Hauptschaden der Atlanta ist die Feuerpower. Und jetzt, ein Torpedo kommt an. Die zweite setzt er jetzt rechts, bisschen schneller. Ja, das ging doch gut. So soll das sein. Torpedos setzen und weiterfeuern. Gar nicht lang warten. Jetzt muss er aber die Torpedos treffen, weil sonst hat er gleich ein Problem. Und sonst wird er nämlich weggemacht, dreidseitig so zur Kongo zu fahren mit der Atlanta, kann schnell bestraft werden. Er muss sie ganz schnell wegmachen. Sehr gut, ist passiert. Und nebenbei nimmt er hier ordentlich Flugzeuge raus. 16 an der Zahl hat er schon weg. Da über ihm die hier kreisen, was ich aber auch so gar nicht verstehen kann. Also da ist der gegnische Flugzeugträgerkapitän richtig, richtig doof, weil über den Atlanta, da kreuzt man einfach oder fliegt man so lange gar nicht weg. Der Spaß hat ihn, wie gesagt, 17, 18 Flugzeuge gekostet. Nicht nachvollziehbar, aber für ihn natürlich sehr schön. Dem würde ich da auch nicht Nein sagen. So, wir sehen, aktuell keinerlei Spieler, beziehungsweise andere Schiffe, die er angreifen kann. Deswegen fährt er jetzt hier auf C. Nimmt noch ein Flugzeug runter und noch eins. Ja, ist ja klar. Und jetzt hier, da wird er attackiert von Bombern, allen drum und dran. Die wollen ihn definitiv raus haben. Aber er, das ist ihm egal. Er nimmt weiterhin die Flugzeuge raus. Torpedos sind im Wasser. Vor ihm, hinter ihm, seitlich, links, rechts, überall. Aber Atlanta ist gut wendig. Wendig, wie man hier sieht. Und dementsprechend kann er den Punkt erobern und hat mittlerweile 24 Flugzeuge vom Himmel geschossen. Ja, wenn Sie es jetzt nicht kapiert haben, wann denn dann? Also, auch hier sieht man, er holt sich den Punkt. Flugzeuge lassen jetzt peu a peu dann doch mal ab. Vor ihm ist jetzt da die Hatsuharu. Muss er jetzt nur aufpassen, dass er jetzt hier richtig manövriert. Nicht hängen bleiben. Einzig und allein nervig an Atlanta, diese extrem steile oder hohe Flugbahn. So ist es richtig. Jetzt hat er einmal getroffen. Aber hat sich hier auch leicht, leicht festgefahren. Gott sei Dank nicht dramatisch. Und hier das nächste Flugzeug, was er abschießt. Also, verstehe ich nicht. Da würde ich doch als gegnerischer Flugzeugkapitän, gehe ich doch da auf die Colorado zum Beispiel. Die ist da ganz alleine. Das ist ein schöneres Ziel als so ein Atlanta. Aber gut. Vielleicht wissen die was, was ich nicht weiß. Hatsuharu schießt da jetzt zurück. Aber man muss dazu sagen, das ist natürlich alles nicht so ganz dankbar für die Hatsuharu. Die hat ja eigentlich gut reingeschossen. Aber sein Glück, dass er sich hier so festgefahren hat, wie er das getan hat, setzt ihn nochmal an Brand. Einen Ausfall hat er. Fünf Kilometer. Und jetzt muss er hier den schwierigen Schuss wagen und der kriegt den Kill. Also, es läuft mehr als rund für ihn. So, mittlerweile haben die Flugzeugträger da vorne die Colorade weggemacht. Und er hat wieder hier Flugzeugbesuch. Man sieht, sie kommen wieder homöopathisch an. Da kommen jetzt alle in seine Richtung. Und da ist jetzt auch die Rue offen. Aber er hat halt leider nur eine Reichweite, die nicht so lang ist. Aber er kommt hier jetzt gut drauf. Also von dem her jetzt kann er wirken und ein Flugzeugträger ist somit das schönste Ziel für den Atlanta. Und jetzt kommen die Flugzeuge alle in seine Richtung. Jetzt muss er Gas geben. Ganz viele Torpedo-Geschwader, die hier über ihm reisen. Auch Bomber sind dabei. Also jetzt darf man seine Flaggmannschaft zeigen, was er kann. Torpedos im Wasser, die kann er ausweichen. Den Bomben nicht so ganz, aber ist egal. Jetzt Flaggmannschaft heißt Gas geben. Und jetzt hat Hans alter Ego richtig Probleme, weil jetzt sind keine Flugzeuge mehr da. Jetzt heißt es feuerfrei. Und man sieht, was für ein Dauerregen dieses Schiff erzeugen kann. Das ist wirklich das, was es so unglaublich außergewöhnlich macht. Und jetzt hat er es gleich geschafft. Und weg ist er. Kake freigelassen. Das Großkaliber. Und da konnte er jetzt mal ordentlich Damage sammeln. Die nächsten Flugzeuge hier in der Luft. Und der letzte Flugzeugträger ist nicht zu sehen. Die Tickets werden auch immer deutlich weniger. Jetzt holt er dann nochmal Flugzeuge runter. Puh. Also die Flaggmannschaft, die hat sich auf jeden Fall das Abendessen verdient. Und das schaut so aus, als ob es durch die Tickets am Ende dann da entschieden wird. Auf jeden Fall hat er hier sehr fleißig gespielt mit seiner Atlanta. Und ja, es wird durch die Tickets entschieden. Das kann ich jetzt an dieser Stelle sagen. Der letzte Flugzeugträger ist weg. Auf jeden Fall. Mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Lasst einen Daumen da. Ein Abo ist auch immer gern genommen. Bis zum nächsten Mal. Euer hier nicht Flugzeug abschießender Alcaramba. Tschüssi Kowski.